Ja hallo, wir grüßen euch. Der Bernd von... Bernd Siegeltrüssel und Schnarri von Schnarri's Wassersportkanal. Ja, wir werden heute für euch mal eine Runde drehen über die Botofan und werden gemeinsam verschiedene Bilder machen. Wir werden das mal gemeinsam schneiden und für euch das eine oder andere letztendlich da einmal versuchen rauszuschieben. Ja, wir werden das mal gemeinsam machen. Ja, das war's. Und auch die Bootsbauer-Lehrlinge, die müssen ran. Für 60, da war man so drei Zentimeter Platz. Ich hatte mal ein paar Sägeboote mitgegeben. So ein bisschen wie Doppelhöhe. Ja, genau. Das ist ja auch das Konzept von der Bente24. Also. Wer bist du eigentlich? Genau, also ich bin Christian Strand von Bente und die Firma sitzt in Bremerhaven, ist damals gegründet worden, vor rund fünf Jahren, vom Alexander Frohlich und noch vier weiteren. Jeder hat so unterschiedliche Vorstellungen vom Booten, der Alexander Frohlich ist der Sohn von Bente. Sohn von Bente. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.